Ach, wer weiß woran es lag. Gucken wir jetzt glaub ich mal hinten, jetzt macht ihr das mal. Grüß. Grüß. Jo. Du was für dein Geld. Das lief eigentlich ganz, das lief eigentlich ganz gut, dass wir da, äh, das, wie wir uns aufgeteilt haben. Na tu was für dein Geld. Höchst Geld. Nackel spieg ich schon mal wieder. Da geht Kim ins Tor oder was? Wenn sie möchte, dann kannst du über das so gehen. Du warst nur hier vorne, da drüber jetzt hinten bleiben. Ich wollte ihn eigentlich vorschießen. Ich hab ihn leider nicht getroffen, dann sah das sehr unglücklich aus. Hallo, ich schau mich. Ich bin hier vorne. Gut, gut. Ah, ist das gut. Äh, ich bin hier vorne. Ich bin hier vorne. Hm? Willst du den Dennis? Warte ich mir. Und das wird zum Friedrich. Ich meine, was ich für eigentlich gerade? Waaah! Was soll Glück? Dennis, der Chat wird hier scheinbar ein Denkmal bauen, wenn ich das so richtig mitkriege. Zumindest reden sie darum, wie sie dein Denkmal erhellen können. Oh, das ist alles ploppt. Oh, das ist alles ploppt. Oh, ich... Geil. Warte, das Boost! Faurig! Der, der kommt? Ah, noch nicht. Der könnte jetzt eh geschwimt. Riecht doch, wir halten jetzt zusammen. Ich mach dir nur Torwart jetzt, zack, mach dir jetzt Torwart das Tor. Das war die beste Position gerade. Bevor die rankommen, das wird einfach weggeschlafen. Wenn die alle so weit vorne sind. Gut ausgenutzt. Natürlich bitte. Gut schon, was ich vor mir? Okay. Jemand anonymes hat gerade Corinna ein Abo gegiftet. Damit hat Corinna nun schon drei Monate. Sehr, sehr, sehr. Lief doch gut. Auch wenn Dennis jetzt die Tore von hinten ausmacht. Gut, ich hab's gerade mal gelesen mit dem Denkmal. Denkmal für dich muss ja hell sein. Willst du wieder hinter oder ich? Können wir nochmal so machen. Also wie gerade? Ja, ja, ich würde es nochmal so probieren. Okay. Musst du auch mal ein Tor schießen können. Ich wollte ihn eigentlich oben drüber lassen. Das ist, wenn es anonym ist, weil, danke, anonym klingt kacke. Das ist richtig. Ja, danke an den anonym Spendung. Richtig, kannst du nur so machen. Ich halte, kannst du halt nur so machen. Schade. Das könnte ja wahrscheinlich nur jemand sein, der hier im Spiel dabei ist. Naja, das muss jemand sein, der da ist. Davon gehe ich aus. Und da du nur sowas verschenken kannst, wenn du auch eingeloggt bist, muss einer der eingeloggten Zuschauer sein. Ja. Einer, der es geheim halten möchte, dass er dir ein Abo geschenkt hat. Naja, dann muss es nach Ausschussprinzip gehen. Ja. Wie viele sind denn da? Da kann es nicht sein. Deswegen. Du kannst es schon mal nicht sein. Du warst ja am Zocken und hast gar keine Zeit dafür. Das stimmt allerdings. Die ganze Zeit wurde sich auch mit Training da. Man weiß es nicht, aber es ist anonym. Ich möchte das ja auch nicht hinterfragen. Dafür ist es anonym. Ist wie eine anonyme Umfrage. Ist trotzdem auch, wenn ich es ausschließen kann. Hätte natürlich auch der Kim gewesen sein. Oder ich selbst. Wer weiß. Gott sei Dank. Ich habe gerade schon gesehen, dass ich dir jetzt selbst ein mache. Oh Gott. Der kommt perfekt zu dir? Nee, keine, nee. Der kommt zwar eklisch, vorher kriegt man die zwei Leute im Tor. Unterschiedlich ist doch die. Dann habe ich hinterher wahrscheinlich. Ich glaube, dass du das. Oh Gott. Das stimmt. Das wär's jetzt, wenn ich nicht so den Stor geschlossen hätte. Das war zum starken Spieler, wenn es ein Zufall war. Das war totaler Zufall. Das gibt es noch mal hochschubst. Oh. Ja klar, wieder von da hinten, Dennis. Natürlich. Da war aber auch knapp. Das stimmt. Bei uns ist der Torwart der beste Vorschütze. Dann kriegst du die beste Verteidigung. Sowieso. Sowieso. Oh nein. Schön. Ich bin mal rein. Bis vorne ganz allein. Jawoll. 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 Entschuldigung. Geht da draußen aus dem Spiel. Ja, im selben Bot. Das ist das Tiels. Ist das best. das glaube ich die korona aber damit ich mag ja auch anonymität nicht halte davon was ihr denkt wie gesagt das kannst du nur damit das damit ein problem was kann ich dann auch klar derjenige der das anonyme macht auch im grund warum man das anonyme macht war jemand ganz besonderes sein vielleicht hat jemand verdrückt der wollte konnte ich auch nicht machen kann auch sein aber ich glaube derjenige hätte schon gesagt ist da der kam gerade so gut eigentlich und denn es macht ihr es wo der wäre reingegangen wenn sie diesmal noch mit als mitspieler mitkriegen denn es bleibt immer mit vorne wieder dann kannst du kein denkmal auf die dunkle seite stellen wenn du nicht weißt wer es war warum du machst ein großes fragezeichen als denkmal bitte nicht weißt wer es ist nach eigentor noch sehr schön ich bin ich unbedingt doof grunde einfallsreich vor kommst denn hier vorne rasseln nur die toren so rein wir brauchen ein denkwürdiges denkmal des denkenden dennis jawohl das klingt gut aber denkst du nicht dass es ganz schön dicker denken denn denn ist ja etwas was für eine parade aber keine parade was machen wir jetzt zum triggern aber er fühlt sich wahrscheinlich von dir getriggert weil du das mit dem guten schuss gemacht hast obwohl es ja ein eigentor von ihm war die leute die leute die sind ja erst danach gesehen dass ein eigentor von ihm war ja aber das weiß er ja aber das weiß er ja das gleiche gesehen dann machst du es zum prototivieren denkt er sich natürlich mal junger und allgemein leute und allgemein leute und teilweise ist der toxisch die wahl ist schon lauern hier und dann gut in der luft geblockt aber nein vorbei und die fabelhafte fantastische verona steht nebenan alles gut hast halt geblockt auch ich weiß so ja scheiße zweimal gedrückt und noch mal gelenkter luft also sich weggedreht hey bei was machst du schon hier ja du hast nicht beim einstoß ja 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 Oh, oh, oh. Oh, der hat selbst geblockt. Der kommt echt gut. Der kam so easy. Ich habe mich vergessen wieder Gas zu geben, ich springe einfach bloß. Ich habe mich nicht mehr. 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 Hallo? Zu hoch, oder? Ach, Mist. Ach, der war reingegangen, ne? Ne, ein Pfosten. Ach, schade. Ah, ja. Hat er. Oh, ein Variable, wir ganz volltreff, weil ich ja veröffentliche, wo Veronas Fantastikkeit direkt das Denkendenkmal Dennis da, da, da trabt. Alles klar. Da hörst du Bescheid. Ich gehe wieder vor, du machst diesmal. Okay. Da dran. Ah. Da dran. Die Idee war gut. Ja, aber leider nicht geklappt. Oh, schade. Dennis, dein Torschuss? Nichts, da. Nichts, da. Ah, schade. Ja. 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 Ich gehe wieder. Ja. 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 Mist, hab ich schon falsch angespäht. Oh, der war nicht kaputt. Wo ist geht's überhaupt? Oh ja, ich hab's nicht kaputt. 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 So, wir kommen wieder zurück. Ja, sehr schön, Kirch. Schönes Ding. Ich wollte noch Glocken, aber er hat zum Beispiel Wirkheit. Guten Morgen, alle zusammengebringen. Oh, guten Morgen. Fuck. Oh, Dennis. Dennis, du bist in Rettung. Entschuldigung. Corinna und Blue. Glückliche Drachen, Eltern. Yeah. Begeisterung liegt anders als Dennis. Ich bin grad beschäftigt, du bleibst. Yeah. Eeeeh. Eeeeh. Untertitelung des ZDF, 2020